Hallo, wir begrüßen Santiago heute zu Krieg der Zeiten, alles noch geheim. Interview macht Erik und ich freue mich so, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Hallo Santiago, du weißt ja noch gar nicht, was dich erwartet. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Einerseits zum Zauberkopf, aber auch zu deinem öffentlichen Leben. Stell dich doch mal bitte vor. Mein Name ist Santiago Ciesma, ich bin Schauspieler, komme aus Berlin. Und arbeite nicht nur auf der Bühne und vor der Kamera ab und zu, sondern hauptsächlich auch vor dem Mikrofon. Als Sprecher, zum Beispiel als Synchronsprecher. Ich bin 66 Jahre alt. Mit 66 Jahren fängt das Leben an, heißt es so schön. Bin ich immer neugierig. Also was mich als erstes interessieren würde, wäre, was sich zum Synchronisieren gebracht hat. Was hat mich dazu gebracht? Ich bin dazu gebracht worden. Ich bin im Alter von 11 Jahren von einem Fernsehregisseur aus der Schule entdeckt worden. Und dann haben wir damals für den kleinen Fernsehfilm die Außenszenen nachsynchronisiert im Studio. Und das war meine erste Begegnung mit dem Synchronatelier und mit der Arbeit vor dem Mikrofon. Was hat sich denn von damals zu heute im Tonstudio verändert? Also technisch hat sich sicher viel verändert. Zum Beispiel hatten wir damals im Synchronstudio eine große Leinwand, wo das Bild drauf geworfen wurde. Und der Film war in lauter kleine Schnipsel, sogenannte Takes, unterteilt. Und jeder einzelne Take wurde eingelegt und ist in einer Schleife durchgelaufen. Und wir haben immer Take für Take synchronisiert. Heute wird das natürlich alles digital gemacht. Und das heißt, dann tippt man irgendwo einfach auf eine Taste und dann springt die CD, also von dem Film, immer an zu dem entsprechenden Take. Das heißt, das Arbeitspensum hat sich stark erhöht, um nicht zu sagen, ja eigentlich verdoppelt. Wir haben damals so vielleicht 20 Takes die Stunde gemacht, 25 Takes. Und heute ist es mehr als das Doppelte, weil das alles viel, viel schneller geht. Wir haben heute auch nicht mehr die große Leinwand im Synchronstudio, sondern einen kleinen Monitor. Das heißt, das ist auch viel schwieriger zum Gucken. Also jeder kennt dich ja als den Spongebob. Also das ist ja schon so deine bekannteste Synchronstimme. Und würdest du dich schon irgendwo selber als der Spongebob bezeichnen? Nee, das würde ich machen. Würde ich nicht machen, weil das ist eine Figur, die ich spreche. Allerdings, das werden jetzt auch bald 20 Jahre, dass wir diese Serie machen. Und somit ist die Figur natürlich auch schon so ein bisschen ein Teil von mir geworden. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das immer unterscheidet. Das, was man privat als Privatperson ist und das, was man in der Arbeit macht. Ja, für die Figur oder für die Rolle. In dem Fall eben für den Spongebob. Wie würdest du reagieren, wenn deine Spongebob-Rolle abgegeben wird? Also wenn du quasi ersetzt wirst? Das kann natürlich passieren. Und dann muss man da professionell reagieren. Das ist eine Entscheidung von dem Verleih oder eben von der Produktion. Und wenn die aus welchen Gründen auch immer, es gibt ja manchmal zwingende Gründe, sagen, nein, wir brauchen eine neue Stimme, dann müsste ich das akzeptieren. Dann wäre ich sehr traurig, aber ja, ich müsste das hinnehmen. Würdest du das synchron sprechen als einen großen Teil deines Lebens bezeichnen? Es ist inzwischen geworden. Es war anfangs ein Teilausschnitt meiner Arbeit, weil ich hauptsächlich am Theater gearbeitet habe, also abends Vorstellungen hatte und über Tag Proben hatte und auch über viele Jahre viel vor der Kamera gearbeitet habe, also für Fernsehfilme, Kinofilme, Serien. Aber eben auch schon vor dem Mikrofon, synchrontechnisch und also hörspielmäßig. Aber in den letzten Jahren hat das sehr zugenommen. Also inzwischen ist es wirklich so, dass die Synchronarbeit der Hauptanteil ist von meiner beruflichen Arbeit. Santiago, könntest du uns vielleicht einen kleinen Ausschnitt in deiner Arbeit zeigen, also so einen kleinen Einblick geben, wie es so ist, wenn du hinter dem Mikro sitzt? Naja, also wie gesagt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, am bekanntesten ist aktuell, glaube ich, der kleine gelbe Unterwasserschwamm. Der Spongebob und der spricht dann zum Beispiel so, Hallo Patrick, gehen wir morgen wieder Qualenfischen. Dann gab es eine Serie, Alle unter einem Dach, die hieß im Original Family Matters. Da habe ich den Nachbarsjungen gesprochen, also synchronisiert. Die Figur hieß Steve Urkel, die war damals auch sehr populär. Das war so ein junger Bursche, so ein farbiger Nerd mit einer riesen Brille und so Hochwasserhosen und mit Hosenträgern. Und der hat dann immer so gesprochen. Hallo, Laura. Halleluja, Winschloss. Oder dann hat er irgendwas umgeworfen oder so und hat immer gesagt, war ich das etwa? Das war der Steve Oeckel, ganz bekannt aus den 90er Jahren. Und seit vielen, vielen Jahren spreche ich auch in der Kinderserie Winnie Pooh. Das kleine Ferkelchen, das picklet. Puh, Bär, der Wald ist so dunkel und dann kommt der Herr Hörverlungs, du liebe Güter. Das mache ich also sehr lange. Und dann gibt es einen amerikanischen Schauspieler, den ich sehr oft synchronisiert habe, Steve Buscemi. In Filmen wie Con Air, Armageddon, Chuck & Larry, The Death of Stalin, den habe ich sehr, sehr oft gesprochen. Wow, da sieht man ja mal, was alles mit der Zeit so zusammenkommt. Hast du eigentlich Haustiere? Habe ich gehabt. Ich war immer tierlieb und habe immer, ich bin ein ganz großer Katzenfan, ich habe immer Katzen gehabt. Aber es war so, da ich berufsbedingt auch oft unterwegs war, brauchte ich immer jemanden, der dann die Katzen versorgt hat. Das hat lange Jahre meine Mama gemacht. Und dann, als die Mama nicht mehr da war, meine Schwester. Die ist inzwischen aber auch in diesem Jahr verstorben. Ich habe jetzt niemanden mehr, der sich kümmern würde. Und ich würde jetzt nicht irgendwie fremde Leute in die Wohnung lassen, um die Katzen zu versorgen oder so. Das war, wie gesagt, im Familienverband war das was anderes. Das heißt, die letzten beiden Katerchens, die ich hatte, die sind jetzt auch verstorben. Und ich denke, wenn man die Verantwortung übernimmt für Haustiere, dann muss man auch absichern, dass man sich um die kümmern kann. Und das kann ich im Moment nicht mehr. Und deshalb habe ich zurzeit leider keine Haustiere. Hast du ein Lieblingstier? Ja, ich bin ein riesen Katzenfan. Wenn du ein Tier sein könntest, was wäre das? Naja, ich bin vom Sternzeichen her Löwe. Und wenn man so will, ist das ja auch eine große Katze. Dann wäre ich gerne ein Löwe. Du kannst weltweit eine Sache verändern. Was wäre das? Ach Gott, das klingt immer so ein bisschen klischee-mäßig und abgedroschen. Aber ich würde mir wünschen, wenn das funktionieren würde, Frieden auf der Welt. Wenn man sich überlegt, wo es im Jahr 2019, wir wechseln in das Jahr 2020, wo es auf der Erdkugel noch überall Kriege gibt und Menschen getötet werden und sterben so sinnlos aus meiner Sicht. Also ich würde mir an erster Stelle immer Frieden für alle Menschen wünschen. Gibt es einen Prominenten, also eine Person des öffentlichen Lebens, die du gerne mal kennenlernen würdest? Oh, das ist schwer. Da gibt es sicher, wenn, mehrere. Aber jetzt sagen wir mal, so ein Vorbild oder Idol oder sowas gibt es eigentlich nicht. Also es gibt keine Personen, der du gerne mal ein paar Fragen stellen würdest? Nee, keine bestimmte Person. Nee, könnte ich nicht sagen. Was hast du denn außerdem synchronisieren noch so für Hobbys? Für Hobbys? Ja, ich bin ein großer Kinofan, gehe gerne ans Kino, gucke mir Filme an, höre aber zu Hause auch gerne in meiner Freizeit Hörspiele. Hast du schon den Star Wars Teil gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Würdest du sagen, du bist ein tollpatschiger Mensch? Äh, ja, situationsbedingt. Es gibt Situationen, in denen ich auch tollpatschig bin, aber nicht durchgängig. Gott sei Dank. Was war dein erster Eindruck vom Hörspiel? Ja, ich finde die Geschichte faszinierend. Und dann, was mich auch so freut, ist, wie die Arbeit eben mit den Kitties, mit den jungen Leuten und die ranzubringen an die Arbeit vor dem Mikrofon und mit denen eben zu arbeiten, hörspielmäßig. Finde ich, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und da freue ich mich auch, dass ich dabei bin und das zumindest aus meiner Ecke so ein bisschen auch mit unterstützen kann. Was, würdest du sagen, ist das Wichtigste in deinem Leben? Das Wichtigste im Leben generell, würde ich sagen, sind, ja, die Menschen, mein soziales Umfeld. Das kann in erster Linie die Familie sein, muss aber auch nicht sein. Es kann der Partner die Partnerin sein. Kinder, die Eltern und natürlich ganz wichtig auch der private Freundeskreis. Also ich empfinde es als ganz wichtig für mich, gerade auch als Ausgleich für eine anstrengende Arbeit, dass ich meine, meine, ich sage immer, meine Herzensmenschen, meine liebgewonnenen Menschen, familienmäßig, was halt da noch da ist, wie gesagt, Schwester und Mama sind verstorben, und ebenso der enge Freundeskreis. Ich meine jetzt nicht so lose Bekanntschaften, die man hat, sondern eben wirklich so Lebensfreundschaften. Ich habe so zwei, drei Freundschaften, teilweise noch aus der Schulzeit, die sich so lange gehalten haben, und die sind, glaube ich, ganz wichtig, dass man, ja, mit Menschen gemeinsam durchs Leben geht und das Leben teilen kann mit liebgewordenen Menschen. Gibt es auch, wo du sagen würdest, das macht mich besonders? Och, das ist immer schwer, über einen selber was zu sagen. Also meine Erfahrung hat mir halt gesagt, dass meine Stimme schon etwas, ja, besonders ist. Das ist vielleicht am Anfang gar nicht so von Vorteil gewesen für die Arbeit. Im Nachhinein würde ich aber sagen, doch, es ist zumindest kein Nachteil. Ich bin damit ganz gut zurechtgekommen. Und, ja, wenn man irgendwas hat, was einen von den anderen unterscheidet, ist das eigentlich immer auch ein Pluspunkt. Für mich in dem Fall für die Arbeit. Bist du stolz auf das, was du tust? Ja, im gesunden Maße. Also ich denke, das kann man, glaube ich, auch sein. Wenn man eine gute Arbeit gemacht hat und ein gutes Feedback bekommt für seine Arbeit, dann darf man mit Fug und Recht auch stolz sein. Ich denke aber nicht, dass ich überheblich bin, sondern ich freue mich über den Erfolg, den ich mit meiner Arbeit habe. Und wie gesagt, ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Wie kamst du eigentlich zu Martin Bollig? Wir haben uns über einen wunderbaren Kollegen kennengelernt, der mit Martin schon viel gemacht hat. Das ist der leider kürzlich verstorbene Kollege, Schauspieler Helmut Kraus. Nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch ein ganz großartiger Mensch. Ich habe mit ihm viele, viele Jahre gemeinsam im Synchronstudio verbracht, in Berlin auch auf der Bühne gestanden und Theater gespielt und unter anderem eben auch hier bei Martin im Hörspiel gesprochen. Und der hat den Kontakt vermittelt. So bin ich hierher gekommen. Magst du deine Rolle eigentlich? Ja, ich finde die Figur sehr, sehr, sehr spannend und sehr witzig, weil Humor ist, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn man eine Geschichte ernsthaft erzählt. Und ganz wichtig ist eben für die Arbeit selber, dass man den Spaß dran hat. Musstest du eigentlich lange überlegen, als die Anfrage kam, ob du beim Hörspiel mitwirken willst? Die Information, die ich bekommen habe und dann, wie gesagt, über den Kontakt von dem Helmut Kraus war ich sofort, ja, Feuer und Flamme und habe gesagt, nee, mache ich gerne. Bei mir ist immer das Problem, weil ich viele Termine habe, der Kalender diktiert mir sehr viel. Und dann ist es oft so, dass ich sage, ja, ich habe Interesse, aber wir müssen erst mal gucken, ob wir das Termin nicht hinbekommen. Und wenn wir das dann hinbekommen mit dem Termin, gerade wenn man jetzt irgendwo anreisen muss oder irgendwo hinfahren muss, ich habe ja hauptsächlich in Berlin zu tun und habe dann immer relativ kurze Wege in die Studios. Aber wenn das unter anderem eben mit einer Reise verbunden ist, muss man schon gucken, dass man auch die entsprechende Zeit zur Verfügung hat. Das war der Fall und deswegen habe ich dann auch gerne zugesagt. Als was siehst du deine Rolle im Hörspiel? Naja, es ist so ein bisschen, nee, Sidekick kann man nicht sagen. Das ist eigentlich schon mit einer von den Hauptfiguren. Er kommentiert sehr viel auch. Ja, ich will, wie gesagt, gar nicht zu viel von der Handlung als solcher verraten. Auf jeden Fall ist es eine ganz spannende Sache. Also ich würde jedem raten, bitte anhören. Ja, und ganz, ganz liebe Grüße auch für alle großen und kleinen Hörer von MDR Twins. Flins, ich mache mir Gedanken. Ich mache mir auch, wenn der Hund da und fällt. Was macht der Hund in der Aufnahme? Mein Weg, mein Weg, mein Weg, führt mich als Ziel. Mein Weg, mein Weg, mein Weg. Ach, Flint, ich mache mir Gedanken. Du kannst ja gar nicht denken. Bist du dir da sicher? Oh, die Gedanken sind frei, Flint. Oh, die Gedanken sind frei, Flint.